Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin Dennis von SimCities und ja, schauen wir mal hier den schönen Hubschrauber hier an. Er füllt seinen Wassereimer und ist wohl im Lösch-Einsatz irgendwo. Die unterstützen ja auch schön die Feuerwehr. Ja, ich möchte ja auch noch eine große Feuerwache hier irgendwo hinhaben. Aber schauen wir mal, wo es denn brennt. So, das ist so besser. Ein schöner Einsatz und er dreht ab. Ja, kein Treibstoff mehr. Ja, wer weiß. Da hinten brennt es. Ja, wir haben den falschen genommen. Der ist jetzt beim Einsatz und hoffentlich auch gleich am Löscheln. Okay. Einmal den Hubschrauber wechseln. Habt den falschen Wohl erwischt. Da füllt er seinen Eimer auf, fliegt los, dreht um und haut ab. Und er landet wieder. Was du jetzt? Was? Aufgefüllt hat er ja eben schon. Aber jetzt scheint er unterwegs zu sein, um hier den großen Brand zu löschen. Ja, auf die Feuerwehr kann man sich hier verlassen. Okay. Das Feuer wirkt nicht so, als wäre es beeindruckt. Und hier fucket alles fröhlich ab. Wir brauchen eine große Feuerwache. Kostet 60.000. Oh. Ja, das ist gar nicht gut. Die Feuerwehr ist ein bisschen überfordert. 60.000. Ja, das muss sein. Also hier fehlt definitiv eine richtig gute Feuerwehr. So. Feuerwehrhaus. Ja. Die sollten jetzt auch loslegen. Löschfahrzeuge in Verwendung 0 von 25. Das hört sich schon mal gut an. Die fahren gar nicht. Und hier ist das Feuer aus, aber auch nur, weil alles niedergebrannt ist. Aber die arbeiten schon wieder, normalen Betrieb. Mäume brauchen keine Blätter. Hauptsache, das Holz ist da. Auch wenn es verkohlt ist und vielleicht ein bisschen riecht. Sehr schön. Aber die sind in Einsatz und noch ist es nicht über auf eine andere Straßenseite. Auch wenn die hier ein bisschen lidiert sind. Das war die Hitze. Nein, die Bäume gehören so. Vielleicht. Ja, ein bisschen heiß geworden ist denen. Okay. Schauen wir mal in das Industriegebiet rein. Wir verkaufen entweder das eine oder das andere immer. Eigenproduktion ist gestiegen. Wie sieht es in den Lagern aus? 121 Tonnen und 100 Tonnen. Großer Holzplatz. Könnten wir auch noch mal nehmen. Der ist sehr groß. Hier mal ran setzen. Wir setzen ihn weiter oben hin. Machen wir noch mal die Straßen weiter. So, von hier aus. Diesmal möchte ich aber wirklich gerade Straßen. So. Und plane hier noch mal eine breite Straße rein. Die wir hier anschließen. Und das vergrößern. So, hier können wir einmal schön Industrie fertig ausweisen. Das müsste auch alles noch Forstwirtschaftsgebiet sein. Wasser noch. Diesmal lasse ich so viel Platz dazwischen. Weil einige Gebäude, die wir hier freischalten, sehr platzintensiv sind. Die, vor allem die großen Felder. Hier haben wir auch schon das mittlere. Das sieht man schon ganz gut. Jetzt mal hier eins hin. Und da das nächste. Dann machen wir ein paar mehr. Wie viel bringst du denn? 8000 pro Woche. Da können wir ein paar aufbauen. Also da nicht mehr. Da können wir kleine unterbringen. Zwei Stück. Ja. So. Dann möchte ich aber trotzdem einmal buchen hier. Hier sind Nadelbäume. Und dort auch nochmal buchen. Und die bleiben eher ein. Das macht glaube ich überhaupt keinen Unterschied. Es ist nur das Aussehen. Dann schauen wir mal zum Großbrand hier. Und der ist gelöscht. Sehr schön. Die Feuerwehr hat immer noch nichts in Verwendung. Wir könnten hier die kleine Feuerwehr entfernen. Wenn ich die wieder finde. Da die Feuerwache. Sechs Fahrzeuge. 560 die Woche Unterhalt. Und die 1440. Ja die könnten wir entfernen. Oder einmal umplatzieren. Einmal hier rein. Das ist vielleicht klüger. Wir brauchen die ja hier nicht wirklich. Der Holzplatz der füllt sich auch. 500 Tonnen können rein. Und hier wird jetzt ordentlich produziert. Vielleicht könnten wir dann auch den kleinen entfernen. Aber behalten wir mal. Das Siegelmehllager füllt sich auf jeden Fall. Irgendwas konnten wir damit auch noch anfangen. Da muss ich auch nochmal schauen. Hauptgebäude. Arbeiterunterkünfte. Instandhaltungsgebäude. Sägemühle. Bio-Pellet-Fabrik. Holz-Werkstock-Fabrik. Papiermühle. Sägemühle. Sägemühle. Also nein. Nicht Sägemühle. Sondern Sägemehllager. Okay. Und. Holzspäne-Lager. Dann haben wir hier eine Druckerei. Damit können wir noch nichts anfangen. Sie stellt aus. Die braucht auf jeden Fall Papier und noch was. Und hier haben wir die Möbel-Fabrik. Holz und Papier. Die wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir anstreben sollten. Und vielleicht könnten wir die hier reinsetzen. Oder hier unten rein. Das wäre eine nette Sache. Könnten die auch hier vielleicht reinkriegen. Ja. Also ich würde etwas entfernt werden. Ist ja auch nicht so schlimm jetzt. Setzen wir die mal hier hin. So. Schnittholz und Papier. Und du stellst Möbel her. Vielleicht sollte dann die Straße hier breiter werden. Aber. Das sollte so langsam auch anlaufen. Bio-Pallet-Fabrik. Und du stellst Papier her. Nicht genug. Und du stellst Schnittholz her. 58 Tonnen produzieren wir. Und jeweils 4 Tonnen davon. Also können wir ordentlich. Also einzigartige Fabriken. Wie der Name sagt. Die sind einzigartig. Wir können keine zweite platzieren. Ich würde hier unten gerne dann noch. Einmal hier für Schnittholz. Einmal Bio-Pallet. Hier können wir das hinsetzen. Und das Segelmehl-Lager hätte ich auch noch mal eins hier gerne. Gehen wir das hier irgendwo hin? Nein. Aber hier. Und hier. Und hier. Und da können wir das hinkriegen. Heutz-Lager gibt es ja einige. Da haben wir nochmal 145 Tonnen inzwischen. Da oben. Ist sogar zur Hälfte gefüllt schon. Und dort fast 200 Tonnen. Das sollten wir jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Drei Tonnen, vier Tonnen. Das muss auf jeden Fall gesteigert werden. 137 Tonnen Rohholz produzieren wir. Wir machen ein bisschen. Ein bisschen Gewinn. Richtlinie, was haben wir hier? Verbesserte Logistik. Das Packen und Planen von Lieferungen funktioniert aufgrund der verbesserten Inventur- und Fahrzeug-Tracking-System effizienter. Höht die Lagerkapazität von Förderanlagen und Aufbereitungsannahmen um 20%. Höht die Unterhaltungskosten von Industriegebäuden um 10%. Das wollen wir gerade nicht. Wir wollen Geld verdienen. Verbesserte Sicherheit kostet mehr Geld und erhöht Arbeitergesundheit und erweiterte Automatisierung. Roboter und andere automatische Systeme beschleunigen und präzisieren die Produktion. Erhöhte Produktion um 10%. Erhöhte Gebäudekosten um 10%. Ob sich das lohnt? Wahrscheinlich später. Das werden wir noch nicht machen. Wir haben einfach noch nicht genug Geld im Verkauf. Und da müssen wir halt mit unserer Möbelfabrik... Materialkosten 840, Produktionswert 2400. Das ist schon mal nicht schlecht. Solange die gut versorgt wird mit Schnittholz und Papier, ist alles super. Aber ich hätte dann gerne noch ein Lager... Lagerhof... Können wir hier irgendwo ein kleines hinsetzen? Hier. Oder ein Lagerhof. Passt mehr rein. Ja. So. Gelagerter Rohstoff. Produkte aus einzigartiger Fabrik. So. 250 Tonnen können wir hier rein. Und hier können wir dann die Möbel lagern. Und da fällt mir ein, wir sollten noch ein Lager bauen. Vielleicht ein mittleres. Hier hin. Und hier lagern wir... Äh... Angrenzende... Abgegrenzte Industrie. Ja. Forstwirtschaftliche Produkte. Also von... Dieser Industrie, die sich hier selber aufbaut... Die kann hier drin lagern. So, wie weit bist du? Wir haben genügend Arbeiter. Wir brauchen nur Rohstoffproduktion. Das kriegen wir auch hin. Und wir machen Minus. Aber ich denke, durch die einzigartige Fabrik... Sollte das Geld insgesamt steigen. Schauen wir mal rein. Industrie. Lagerhäuser und einzigartige Fabriken. Ja. Das macht Minus, weil es nichts verdient. Fische machen Plus. Und Holz macht auch ein bisschen Plus. Fischfang können wir natürlich auch noch weiter betreiben. Hier können wir die Autobahn mal hinbauen. Da brauchen wir noch einen Kreisverkehr. Hier schon gerne hin. So. Und dort wird dann die Autobahn auch enden. Und bei Bedarf auch wieder weitergehen. Wenn man da auch nach oben hin will. Aber die schließen wir da immer an. Dann machen wir einmal die Anschlüsse. Mal hier hin. Und einmal von hier aus. So. Kommt noch Industrie reinmachen. Wasser noch hin verlegen. Hier auch noch rein. Ja, wir sind weitergekommen. Das schauen wir uns gleich an. Geld muss her. Einmal Budget. Nein, äh, Darlehen. Nehmen. Und Wasser verlegen. So. Und jetzt die Autobahnanschlüsse. Mal hier hin. Okay, das gefällt mir nicht. Und das gefällt mir gar nicht. Dieser Knick muss weg. Also. Ich kann mit vielen Leben, aber damit nicht. Okay, das passt. So sind hier erstmal schon noch Anschlüsse. Wir haben viel Industrie dazugekriegt. Schauen wir uns erstmal die Fabriken an. Das Instandhaltungsgebäude haben wir. Der Verschleiß, Industriebäude, Lagerkapazitäten, Lagerkapazitäten um 5% erhöhen. Okay. Dann haben wir Holzwerkstofffabrik. Produziert auch Schnittholz. Ich hätte gerne etwas, wo wir die, äh, das, ja, so ein paar Abfälle loswerden. Wo wir das Sägemehllager lernen können. Was wird damit überhaupt angefangen? Oh, da stellen sie da auch noch was her. Zwei Stück haben wir. Die werden immer voller. Kann gegen Geld exportiert werden. Es wird verkauft. Das ist gut. So. Dann wollen wir mal die Holzwerkstofffabrik bauen. Hier sind so unsere Fabriken gerade. Das passt ja. Dann tun wir mal hier hin. Und einmal das Spänelager. Direkt daneben. So, du, äh, verursachtst wahrscheinlich dann die Späne. Oder es ist halt dasselbe wie Sägemehl quasi. Lagert dasselbe den Abfall. Du siehst voll aus. Ja. Wie es aussieht, brauchen wir sogar noch ein Lager jetzt. Wie groß haben wir das Gebiet gezogen? Das können wir noch vergrößern. Ja, ich will Gewinn machen mit diesem Lager hier. Äh, mit den ganzen Sachen hier. So, wir könnten hier nochmal ein schön großes Lager bauen. Großer Holzplatz hier so rein. Dafür noch eine Straße ziehen. Oder wir bauen hier oben noch einen Holzplatz hin. Einmal hier. Hier fehlen nicht genügend Arbeiter. Ja, wir brauchen viel mehr Arbeiter gerade. Und großes Baumensetzling fällt. Wie viel bringst du? 9600 ans Arbeiter 8. Und 8000. Warum hier nochmal Baumensetzling Felder? Zwei Stück. Und auch hier auf Feldstellen. Vielleicht lassen wir die tatsächlich als Treibhaus malen. So als kleine Ergänzung. Und stellen hier noch weitere hin. Also wir produzieren tatsächlich sehr viel Holz. Viel mehr als wir eigentlich brauchen. Und das füllt sich hier auch schon wieder. Und dann kommt hier nochmal die großen Baumplantagen hin. Hier vielleicht könnte man noch eine Straße hin machen. Und dann läuft es hier auch. Ah, jetzt sind sie schon wieder übereinander. Okay. Gebiet verändern. Ich mache mir das jetzt kleiner. Nein, mache mir nicht. Das bleibt hier. Ich mache mir das wieder größer. Bis hier hin. So. Hauptsache die Schriftzüge sind nicht übereinander. Okay. Wir brauchen 800 Arbeiter. Die kriegen wir. Das wächst. Produzieren. Tun wir viel. Und dann können wir es auf Stufe 5 bringen. Und wir werden dann auch irgendwann Gewinn mitmachen wieder. Und die einzigartige Fabrik hier drüben. Die produziert auch ordentlich. 2.400. Da war das Lager. Zu 10% bereits voll. Produkte aus einzigartiger Fabrik. Wir brauchen einen Frachthafen. 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 32.000 Einwohner. Darum werden wir uns kümmern. Und zwar in der nächsten Folge. Da möchte ich hier Einwohnerzahl erreichen. Und ich hoffe, ihr euch hat die Folge gefallen. Und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.